So, right Leute, dann starten wir durch hier! Hier spricht der Kapitän. Willkommen an Bord. Sicherheitskurse angeht, brauchen einstellen. Und nun macht es euch die Führung über das alles an. Na, dann wünsche ich euch mal viel Glück da oben! Und rein in die Kampffia! 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 Und wenn wir jetzt haben, wir sind sehr glücklich! Ich bin ja, ich bin ja! Wir werden uns in den nächsten Jahren wiederholen. Wir werden uns in den nächsten Jahren wiederholen. Der Säbler hat den Zünder Na 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 Nicht schlapp machen Auf die Hand! Auf die Hand! Auf die Hand! Na 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 na... Guck mal, wir geht da ein bisschen zu schneller Am vorne macht aber nix Guck mal, wir können auch langsam Guck mal Na hoppala, falsche Knöpfel, oh oh! Alles falsch, falsch! Alles falsch, falsch! 1-1 von der Gezorgie! Ich sag nur! 1-2 von der Gezorgie! 1-2 von der Gezorgie! So, alright Leute! 1-2 von der Gezorgie! 1-2 von der Gezorgie! Wir nehmen schwerer und besser! Thomas hat auch keine Konkurrenz! Das ist Verwandtschaft! Das war doch gar nicht so schön! Der ist nicht so stark! 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 Wir denken, den Start der Hardcore mit der Fingers in mir! Ja, heute, das kannst du vergessen! Ja, wie du es im Arsch! Brauchst gar nicht probieren! So, auf links und rechts mit der Ausseite geht's, aus der Linken und der rechten Seite geht's, raus hier, raus hier.